Hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick von Drehlingportal.net bzw. eher der Blick ins neue Quartal. Wir haben ja gerade den Quartalsabschluss für das zweite Quartal gesehen. Sehr stark, erste Jahreshälfte damit um. Ist das ein gutes Zeichen für die zweite Jahreshälfte? Geht es jetzt richtig stahl weiter? Droht vielleicht ein Sommergewitter oder kommt doch die Sommerrallye? Wir schauen uns die Sache an, auch im historischen Kontext. Es gibt wirklich auch vor allem in der letzten Woche deutliche Wormsignale, die in dem Markt langsam aufblinken. Aber auf der anderen Seite, gerade mit dem Quartalsauftakt, ein paar Punkte, die man nicht vernachlässigen kann, dass die Rallye eben durchaus nochmal Antwort aufnehmen kann. Schauen wir uns heute alles im Detail an. Und wer gar nichts verpassen möchte, der kommt einfach mit in die Community, in die Trader-Community. Seit einer Woche mit Discord-Kanal bzw. sogar primär auf dem Discord-Kanal. Ich hatte ihn testweise eingerichtet und ihr habt ihn förmlich überrannt. Von daher ist er jetzt auch schon ziemlich etabliert. Jetzt aktuell noch mit einer ganz großen Rabattaktion. Klickt einfach den ersten Link in der Videobeschreibung bzw. auch im Kommentarfeld. Und ihr könnt mal hineinschauen. Und vielleicht bleibt ihr auch und seid immer bestens informiert über das Marktgeschehen. Ob nun Research, News oder technische Analyse oder sogar Trading-Signale. Schaut gerne mal hinein. Jetzt gehen wir mit dem Blick nochmal ins vergangene Quartal und dem Blick vor allem ins neue Quartal bzw. in die zweite Jahreshälfte. Hier sehen wir nochmal die erste Jahreshälfte, die nun um ist für die großen US-Indizes. Ihr könnt es ja eigentlich selbst sehen. Es war ein ziemlich zweigeteilter Markt. Bis zur Mitte. Bis zur Mitte. Denn hier bis ungefähr Jahresanfang zur Hälfte hat man einen guten Gleichschritt. Dann ist die Differenz immer größer geworden. Und hier oben die dominierenden Indizes. Denn letztendlich die Indizes, die durch die Tags getrieben werden. Wo die Tags mittlerweile eine hohe Marktkapitalisierung haben und den Einfluss auswirken. Vor allem natürlich die KI-Tags und da oben stehen dann natürlich Nasdaq, Nasdaq 100 und der S&P 500, der fast 15% erreichen konnte. Mit Abstand, ja der Dow Jones, da ist Tagesgeld fast besser. Also knapp 3,5% hat er noch geholt. Und der Rest, der Russell, der noch weit vom Allzeithoch entfernt steht, ja mit einer Null-Performance. Und der Dow Transport, ein bisschen das Konjunkturbarometer, der hat sogar eine negative Performance in der ersten Jahreshälfte. Also ein bisschen Gleichschritt gehabt, komplett verloren zur Mitte der ersten Jahreshälfte. Und die Differenz ist sehr stark aufgegangen. Aber das hat man ja schon mehrfach besprochen. Und es ist sicherlich auch ein kleiner, kleines Warnsignal, wenn die Breite so mangelhaft ist. Aber schauen wir auf die Rekordjagd. Der S&P 500 hat nun 31 Allzeithochs in der ersten Jahreshälfte. Er reicht hier diese Grafik jetzt zurück bis 1960. Ja in den letzten 60 Jahren, da gab es das. Ja, noch 5 weitere Mal, dass er so viele Allzeithochs, beziehungsweise sogar noch mehr Allzeithochs erreichen konnte. Also es ist schon ein ziemlich guter Laufen. Das Beste aller Welten möchte man jetzt fast nehmen. Ja, aber das kann natürlich auch weiter fortgeführt werden. Setzen wir das sofort, kann das nahezu ein Rekordjahr werden. Aber vielleicht passt ja doch so ein kleines Sommergewitter dazwischen. Also die Rekordjagd 61 Allzeithochs in der ersten Jahreshälfte. Gab es nur 5 weitere Mal in den letzten 60 Jahren. Die Sektoren der ersten Jahreshälfte hier nochmal zu sehen. Na ja, rot natürlich ganz oben dabei. Der Tech-Sektor hat alles outperformed, deutlich outperformed. Negativ hat der Immobilienbereich geschlossen. Da steht man ja weiterhin unter Druck. Denkt auch an die Gewerbeimmobilien. Gab es auch in der vergangenen Woche wieder Negativ-News. Aber das ist alles momentan noch nicht wirklich marktrelevant. Er schiebt das alles beiseite, wird schon nichts Größeres ausbrechen. Bis es dann irgendwann doch so weit ist. Aber momentan funktioniert das eben noch. Also Tech, der große Antreiber in der ersten Jahreshälfte. Aber hat sich auch immer weiter von der allgemeinen Marktbreite entfernt. Was man hier auch nochmal besser sehen kann. Hier oben zu sehen, der S&P 500 in seinem Verlauf ziemlich hoch geschlossen. Ziemlich nah und quartals hoch sogar geschlossen. Und dann hier unten könnt ihr ja alles selbst sehen. Das sind die Anzahl der Mitglieder im S&P 500. Also die 500 einzelnen Werte. Die über ihre diversen wichtigen gleitenden Durchschnitte notieren. 50-Tages-Linie, 200-Tage-Linie. Also da ist die Breite nicht wirklich gewachsen. Die ist sogar schwächer geworden. Obwohl der S&P 500 immer steiler angestiegen ist. Ja, woran lag es? Denkt an die Big 3, müssen wir sie ja eigentlich nennen. Vor allem auch Big 1. Nvidia war der größte Antreiber. Der ist mit über 30 Prozent, ist ein Wert mit über 30 Prozent für die Gesamtrendite im S&P 500 in der ersten Jahreshälfte verantwortlich. Ein Wert. Das sagt viel aus. S&P 1 zu S&P 499. Und direkt dahinter ist ja auch Microsoft und Apple. Die haben ihm auch gepusht. Deswegen sieht das dann so kurios aus mit der Breite. Aber es ist eben auch nicht sofort ein Verkaufssignal. Die Breite kann ja aufholen. Das ist die große Hoffnung natürlich der Bullen. Hier auch nochmal zu sehen, die Outperformance vom marktgewichteten S&P 500, also so wie auch der normale S&P 500, wo die Kapitalisierung ins Gewicht hinein gilt oder zum gleichgewichteten S&P 500, also alle Tests sind gleich gewertet. Und so eine große Outperformance sehen wir hier wie seit knapp 35 Jahren nicht mehr. Also das ist schon sehr auffällig ähnlich wie mit dem Lauf der Allzeithochs. Also die Marktbreite dieser Allzeithochjagd, die wir wirklich sehr starke Allzeithochjagd haben, ist von der Marktbreite nicht sehr gut unterfütternd. Und es wurde auch immer weniger. Aber schauen wir hier, wir haben jetzt knapp 15% geholt, hat der S&P 500 in der ersten Jahreshälfte positive Jahresrendite, das sage ich auch immer wieder, also im Normalfall. Es sei denn, es kommt wirklich irgendein schwarzer Schwan, den kann man ja nicht hineinsehen. Irgendwann bricht noch was heraus und dann ist das natürlich ein Sonderfall. Aber im Normalfall oder in der Historie, wer so gut, so gute erste Jahreshälfte hat, der hat auch eine positive Jahresrendite, beziehungsweise sogar die zweite Jahreshälfte sieht dann gut aus. Also knapp 15% haben wir jetzt im Durchschnitt, 5% ging es nach oben. Wenn wir aber über 10% zugelegt haben, sogar fast 8% in der zweiten Jahreshälfte. Wir haben über 10% zugelegt, aber zugleich befinden wir uns auch im Wahljahr. Und da, ja, da sieht die Performance schon deutlich schlechter aus, aber auch positiv. Was natürlich auffällt, aktuell 15%, jetzt sehen wir hier 5%, 3%, also viel weniger. Also es ist in der Regel, kommt dann ein weiteres positives zweites Halbjahr dazu und damit die positive Gesamtrendite. Aber diese Performance in der zweiten Jahreshälfte, in der Historie, zumindest deutlich weniger. Vielleicht ist das auch der Grund, da passt ein Sommergewitter dazwischen. Vielleicht mal eine stärkere Konsolidierung, die im Raum steht. Bisher konsolidieren wir ja nur sehr flach und das ist noch keine größere Bewegung. Auch hier nochmal zu sehen, das ist eigentlich, die Grafik geht ja 40, 50 Jahre zurück. Wir haben jetzt einen maximalen Rücksatz, wir hatten in April, wurde erste 5% bzw. über 5%, sage ich immer wieder, dreimal muss man mindestens im historischen Mittel mit so einem 5% Brett rechnen. Im historischen Mittel auch einmal mindestens 10% nach unten. Im normalen Bild, ohne jetzt großen Bärenmarken, wo es natürlich mal 40% nach unten gehen kann. Mit 5,5% bewegen wir uns sehr, sehr flach. Das Jahr ist noch nicht um. Die schwierigen Sommermonate kommen ja eigentlich erst noch. Also so ein bisschen der Hinweis, hier ist auch das historische Mittel nochmal zu sehen, was man so am Jahresrücksetzer hat. Das sind über 10%, ich glaube 10 bis 13, 14% kommt ein bisschen drauf an auf Wahljahr etc. Um wie weit diese Grafik zurückgeht. Ich glaube seit 1920, die Ecke, also fast die 100-Jahr-Statistik, da ist es um die 10, 11%. Das ist einmal im Jahr sieht man ein 10% Dip. Im historischen Mittel aktuell haben wir die Hälfte gesehen. Also ein 5% Dip, relativ wenig, könnte das schon ein Hinweis sein. Hier kommt nochmal was, mindestens 5%. Damit müsste man in den Sommerferien auf alle Fälle rechnen. Aber vielleicht ist es auch das Sommergewitter, das mal kurz reinigen, reinigende Gewitter, ohne dass gleich was ganz Großes herausbricht. Wenn das passiert, dann kommt am besten mit in die Discord-Community. Da erfordert es live, erfordert es definitiv live, wenn was Größeres passiert, kommt mit hinein. Gut, also das ist schon ein Hinweis, wenig Konsolidierung gesehen. Die Historie sagt, bietet sich was an. Die Historie sagt auch, bietet sich gerne im Sommer an. Auch hier, dass die Volatilität so gering ist. Momentan 2% Rücksetzer ist auch schon eine ganze Weile her. Die meisten Grafiken gehen ja bloß bis hier, die man dann auswirkt. Oh, guck mal so viel. Wie, Herr Seid, auf Finanzkrise nicht mehr. Ein 2% Rücksetzer gesehen im S&P 500, also Tagesverlust von 2% und mehr. Sehr lange her, fast 340 Handelstage. Aber eben auch der Hinweis, Extreme können auch extremer werden. Also gab es ganz andere Werte noch. Natürlich bewegen wir uns auf einem Niveau, die Grafik geht bis in den 1950er Jahren zurück, ähnlich wie mit dem Allzeithoch. Das hat man nicht sehr häufig gesehen in den letzten Jahrzehnten. Aber Extreme, es gibt ja immer wieder dieses Bubble-Herbeigerede, dass solche Bubble-Phasen dann wirklich auch viel ganz andere Extreme heraufkommen. Das sind fast noch nur Euphorie-Phasen, möchte ich jetzt das KI-Thema nennen. Aber so eine echte Bubble, da müsste man sich nicht wundern, wenn man diese Extreme auch noch viel weiter ausdehnen kann. Also eine richtige Bubble, das sind dann komplette Luftschlösser. Sondern das sehe ich so nicht. Das sehe ich in der Konzentration, sehe ich im Tech-Bereich. Und ja, ich sehe da auch die Gefahren. Aber jetzt so einen kompletten Erdrutsch, ich weiß nicht, würde ich auch nicht hineininterpretieren wollen. Auch die Volatilität für nochmal für die letzten Monate, S&P 500, gerade die letzten Wochen. Wir sind natürlich ein bisschen im Sommer halt, das fühlt sich auch schon so an. In der nächsten Woche bin ich dann auch ab Ende der nächsten Woche für zwei Wochen im Urlaub. Aber die Discord-Community werde ich sicherlich immer mal wieder unterfüttern. Und die läuft ja auch mittlerweile schon sehr gut von alleine. Von daher nochmal der Hinweis, es kommt gerne mit hinein. Also die Volatilität ja auch ziemlich rückläufig, auffällig rückläufig, volumenrückläufig. So ein bisschen Energie raus, den Urplätze. Die kommen dann doch mal, die Überraschung, politische Börsen haben wir ja auch noch. Haben gerne kurze Beine, aber gerne mal mit Schwung. Und dann sind sie wieder kurz die Beine. Aber gerne gibt es da mal so ein Reinigen in das Gewitter. Vielleicht ist das ja auch schon ein Trigger. Also sehr auffällig, dass hier die Vola zurückgeht, das Volumen zurückgeht. Aber eben auch ist das kein Umkehrsignal. Auffällig, in der vergangenen Woche sind wir noch ein bisschen bei dem Warnsignal. Wie gesagt, keine Umkehrsignale, aber Warnsignale. Wir hatten eben auch im Jahresverlauf, in der ersten Jahreshälfte, dass die Konjunkturdaten weiter überrascht haben. Auf der Unterseite, kontinuierlich. Und jetzt in den letzten Wochen hatten wir einige Einzelhandelswerte, die, wo man mal den Markt hat, ist ja, der guckt auf KI. Der muss KI gucken. Ich kann jetzt aber nichts anderes gucken. Aber wir hatten wirklich Warnsignale von mehreren Einzelhandelsunternehmen. Hier Nike, heftigste Abverkäufe gesehen. Walgreens, heftigste Abverkäufe. Ausblick enttäuschend. Eigentlich die Breite soll ja im Ausblick, die sollen ja liefern im zweiten Jahreshälfte. sehr enttäuschend. Levi's, H&M, also wirklich viele Einzelhandelswerte, die hier richtig bitterböse verkrügelt wurden. Ist gar nicht in der Breite des Marktes angekommen, aber das sind Warnsignale. Der US-Konsument, der US-Verbraucher, so richtig rund läuft das nicht. Der sendet definitiv Warnsignale. Aber der Markt möchte es noch nicht hören. Die KI wird das am Ende schon irgendwie regeln. KI, was kann ich tun, wenn ich kein Geld habe, was muss einkaufen? Tut mir leid, ich übernehme. Nein, keine Ahnung. Also das ist definitiv auch ein Warnsignal, auch wenn der Markt es ignoriert. Und wie gesagt, Extreme können weiter gedehnt werden, bis es eben mal diesen Trigger gibt. Und wie gesagt, diesen Trigger verpasst er nicht, wenn er mit in die Community kommt. Hier nochmal der Economic Surprise Index, also die Konjunkturdaten anzeigt, ob sie auf der Ober- oder Unterseite überraschen. Hier, Jahresverlauf, erste Jahreshälfte. Ihr seht es selbst, haben wir immer wieder angeschaut, dass der Index von Bloomberg, der ist sogar ein bisschen extremer als der von Citi, aber beide zeigen die gleiche Richtung. Die Konjunkturdaten überraschen auf der Unterseite. Kontinuierlich, gerade auch in den letzten Wochen nochmal deutlich auf der Unterseite niedrigster Stand seit Anfang 2016. Aber auch das hat er am Freitag schon gesagt. Sind das nicht die Mega-Überraschungen, die die Mark sofort durchschütteln? Oh Gott, wir kollabieren ja total. Also immer so ein Stückchen, immer so ein Stückchen. Die Hoffnung auch bleibt, ja vielleicht ist es ja doch noch das Soft-Landing-Szenario oder so ein Mittelweg. Ja, die Zinssenkungen kommen trotzdem, aber die Konjunktur hält sich. Also es ist nicht der richtige Cut, bis er vielleicht irgendwann mal kommt. Das kann ja sein. Das sind immer die kleinen Schüsse vom Bug, kleine Schüsse vom Bug, trüben uns ein, trüben uns ein und der Mark, ja ja, ist noch nicht ganz zu schlimm, ist noch nicht ganz zu schlimm, aber irgendwann ist es doch einmal zu viel. Also dieser Trend ist definitiv nicht gut und ist definitiv wahnsinnig. Vor allem auch mit den Einzelhandelswerten, die jetzt im Ausblick schon sagen, naja, so richtig gut läuft das mit dem Konsum nicht und der Konsum für das BIP-Wachstum in den USA ein Faktor von 70 Prozent. Also das ist auch nicht wegzureden. Und der KI, KI-Sektor, was hat der für einen Einfluss auf das BIP-Wachstum? Momentan Null, nahe zu Null. Aber wir sind halt Euphorie getrieben. Der Punkt mit den Zinssenkungen. Ich habe mal vergangenen Freitag die PCE-Daten bekommen, die Inflationskomponente, wo die FED drauf schaut. Hier nochmal die FED-Leitzinsen blau zu erkennen, auch schon ein großes Gap. Und das hatte ich ja auch schon mehrfach gesagt, ich bin ein großer Freund davon, dass die FED jetzt mal anfängt mit der Zinswende. Also wer jetzt noch hofft, der Ölpreis geht wieder nach oben, Frachtkosten, genau, sehe ich auch. Aber das reicht jetzt nicht, um jetzt eine neue Zinserhöhung zu sehen. Also wer jetzt noch Zinserhöhung sieht, der lebt in falschen Firmen. Ich glaube nicht, dass das noch kommen wird. Die FED guckt definitiv jetzt auf die Konjunktur. Meines Erachtens guckt die da zu wenig hin. Also wir sehen ja die Eintrücken, wir sehen die Warnschüsse. Und wir haben eine sehr straffe Geldpolitik hier oben. Der Leitzins, den wir jetzt noch haben, da war die Inflation vielfaches höher. Vielfaches höher. Also das Zinsband muss runter. Wir sehen die konjunkturelle Eintrücken. Man muss ja jetzt nicht runterfallen auf Null. Aber man spielt wieder damit, dass man dann wieder hinterherhängt. Bei der Inflation hängt man ja auch hinterher. Ach, das ist alles ein bisschen rübergehend. Ja, das fällt alles wieder zusammen. Unsere Prognosen sagen das und das. Ihr könnt euch sicherlich erinnern und dann, oh Gott, die steigt ja rasant an, die Inflation. Jetzt müssen wir aber richtig loslegen. Die ganz großen Zinsschritte hat man ausgepackt. Und jetzt hat man wieder das Problem, dass man vor einem politischen Fehler stehen könnte, wenn man zu lange wartet. Zu lange wartet. Ja, ich brauche die 2%. Ich brauche mehr Beweise. Ja, die Beweise zeigt mittlerweile die Konjunktur, die immer schlechter wird. Lieber mal ein bisschen runtergehen vom Zinsband. Nicht jetzt so eiskalt oben bleiben. Ansonsten kommt irgendwann dieser Datensatz oder es bricht was heraus im Regionalparkenbereich, Gewerbe- und Immobilienbereich. Es gibt genug Baustellen. Es bricht was heraus und Urplätze sagt, oh Gott, oh Gott, wie bei der Inflation ist, müssen wir mal ganz groß. Es gibt dann 50, 75 Basis, vielleicht mal 100 Basispunkte Zinssenkungen. Also wie sie in den letzten Jahren immer agiert haben, das waren die neuen Phasen hoch, runter, weil man immer hinterher gerannt ist. Hat ja auch ein paar gesagt, nein, wir wollen ja so reagieren zur letzten Pressekonferenz. Wir wollen ja nicht in den Markt hinterher rennen. Das war schon Slapstick. Also das war im Scherz. In den letzten Jahrzehnten sind sie immer hinterher gerannt. Und jetzt die Gefahr meiner Meinung nach steigt. Ich möchte es nicht überinterpretieren, aber diese Gefahr meiner Meinung nach steigt. Man sollte meiner Meinung nach die Zinsen etwas senken und versuchen, die Konjunktur zu stützen. Die Inflation befindet sich hier auf dem richtigen Weg. Dass man die nicht richtig Richtung 2% bekommt, deutet sich leider an. Aber wenn man dann in eine Rezession hineinfallen, ist das eben auch nicht besser. Eine Rezession wird mit Sicherheit nicht sonderlich inflationär sein. Es sei denn, wir haben dann Donald Trump auch noch als Präsidenten, der ganzen Zölle auspackt, was dann wieder inflationär wäre. Also wir haben sicherlich auch Unsicherheitsfaktoren. Und gerade Jerome Powell, dem FED-Chef, der hat es mit Sicherheit nicht einfach. Politische Umfeld, dann Kampf zwischen Konjunktur und Inflation, alles nicht einfach. Seinen Job möchte ich nicht haben. Da sieht es in Europa mit der EZB besser aus. Da sind die Bilder klarer. Aber ja, Konjunktur trübt sich ein. Fondsignale haben wir ebenso. Und ja, zugleich ist aber der Glaube, dass die Aktien weiter steigen werden. Bei den Verbrauchern, Verbraucher vertrauen. Die Märkte steigen weiter. Die Konjunktur, ach, sind wir uns nicht sicher. Die Cashboten bei dem Fondsmanager, historisch niedriges Niveau bei 4% erreicht. Die Aktienallokation bei dem Privatanleger, ein neues Rekordhoch erreicht. Die CTE ist wirklich fast auf dem Maximum long. Das ist auch so ein bisschen ein Warnsignal. Also die Märkte werden noch steigen. Die Aktienquote extrem hoch. Die Cashquote extrem niedrig. Das sieht man eben nicht in Bodenbildungsphasen. Das sieht man eigentlich eher in Top-Bildungsphasen, Euphorie-Phasen, die natürlich weitergetrieben werden können. Aber das sind die Warnsignale, die wirklich da sind. Aber es bricht eben noch nicht heraus. Tja, und da sind wir eben von den Warnsignalen, wo ein Sommergewitter sich anbieten würde zu, sind wir jetzt Anfang Juli. Neues Quartal. Neue Mittelzuflüsse, die kommen. Neue Liquidität, die in den Markt fließt. Und die erste Juli-Helf, die ersten 14 Tage, zugleich ja Juli auch Independence Day, der Feiertag in den USA. Und die USA, warum auch immer, sind da sehr patriotische solche Feiertagswochen, ähnlich wie Thanksgiving. Die sind fast immer grün, weil Feiertag ist. Ist halt so. Da fährt man irgendwas. Und da muss man halt patriotisch. Der amerikanische Markt, der steigt immer. Passiert das sehr gerne. Also die erste Juli-Hälfte ist, im historischen Kontext, die beste Juli-Hälfte. Aber Saisonalität, ich sage es auch immer wieder, in diesem Jahr läuft das nicht so richtig gut. Also letztes Jahr sehr gut, in diesem Jahr nicht so richtig gut. Denkt ihr an Februar, oh, mit die schlechteste Februar-Hälfte. Oh, jetzt, das kann schwierig werden für den Markt. Halt die Grafiker auch ausgepackt. Natürlich, das sind historische Bilder. Da weise ich euch drauf hin. Aber es ist komplett anders gekommen. Der Februar war gut. Es war gut. Also das saisonale Muster greift nicht so richtig. Aber trotzdem, und das darf man nicht vernachlässigen, Quartalsauftakt, frische Liquidität, die erst mal kurzfristig reinkommt. Dann haben wir den Feiertag, der Independence Day, den großen Unabhängigkeitstag in den USA. Ah, da sind die einfach patriotisch. Also gut möglich, dass da was draufgepackt wird. Aber vielleicht ist die Erwartungshaltung jetzt auch wieder zu eindeutig. Schauen wir nochmal auf die Saisonalität im Jahresverlauf. Hier der Juli zu sehen, wo wir jetzt hineinlaufen. Ihr seht ja selbst, über die letzten 50 Jahre eine positive Performance. Letzten 10. Jahre sogar eine sehr positive Performance. Aber eben auch, wir sind ja eigentlich im Wahljahr. Und da hat die Performance nicht so gut. Eigentlich keine recht gute Performance. Aber ansonsten ist es ein sehr guter Monat. Es ist ein sehr guter Monat mit Herausklammern der Wahltermine, der Wahljahre. Danach gerne ein bisschen schwierig. Das sind die schwierigen Sommermonate, auch Richtung Wahltermin. Die Volatilität zieht gerne an. Wir sehen Mittelabflüsse. Hatte ich ja alles auch in der Discord-Community schon gepostet. Also 1. Juli-Hälfte gerne fester. Gerne auch im Peak. Wir haben ja auch vom Trading-Desk von Goldman Sachs hatte ich ja auch deren Statement gepostet in der Discord-Community. Dass die sogar hochspringen. Blow-off-top haben sie es genannt. Also dass man noch was kommen kann. Und dann kommt das Reinigen der Sommergewitter. Mal sehen. Also vielleicht passt ja beides hinein. Sommerrallye und Sommergewitter. Vielleicht nochmal der Schwung in den Juli hinein. Und dann war der Dip, der so historischen Muster sowieso ansteht. Muss nicht das ganz große sein. Aber vielleicht mal 10% kann es runtergehen. Unsicherheit, politische Unsicherheit kommt ja auch noch. Die Wahlen kommen. Mal gucken, wie es mit den Demokraten weitergeht. Also da kommt Unsicherheit hinein. Die Volatilität ist ja auch schon wieder ein bisschen nach oben gekommen. Also ganz klar ist es eben nicht. Das ist immer bei der Volatilität. Ja, geht gerne nochmal hoch. Und das saisonale Muster bei der Volatilität hier auch zu sehen. Der Juli sieht gerne mal das Jahrestief. Aber auch hier, ja, mit der Wahljahr auch mit beachten. Ist ja auch gerne eine Ausnahme. Also im Wahljahr geht es dann ab Juli eigentlich stetig nach oben in den Herbst. Weil dann eben auch die Unsicherheit mit hineinkommt. Aber auch hier die Volatilität sagt, könnte nochmal einen Dip auf der Oberseite bringen. Also saisonale Muster. Juli start. Erste Juli-Hälfte eigentlich sehr stark. Juli ist sowieso ein guter Monat. Aber danach sieht man gerne eben da eine kleine Schwächertendenz. Das Warnsignal im Markt, den haben wir auch gesehen. Die waren aber schon noch letzte Woche da. Die waren auch für 14 Tage schon da. Die waren auch vor zwei Monaten schon da. Und diese Extremen können gerne weiter gefüttert werden. Aber sie werten auch mehr. Wie gesagt, mit den Einzelhandelswerten, die jetzt schon ihre Warnung rausbringen, die ihren Ausblick anpassen. Und die Grafik habe ich jetzt gar nicht. Die habe ich auch in der Discord-Community geteilt. Die Analystenhäuser für die Quartalsberichtssaison für das zweite Quartal. Die beginnt ja nun bald. Wir sehen, die Bücher werden bald geöffnet. Die haben ihre Schätzung nach unten angepasst. Neues Tief. Also die haben deutlich die Schätzung für das zweite Quartal schon angepasst. Und eigentlich, die Annahme ist ja, müssen wir jetzt ein super Wachstum sehen, auch in der Breite bis in den Jahresschluss hinein. Denn der US-Konsument, beziehungsweise die ersten einzelnen Händler, die sagen, also richtig sicher sind wir da nicht mehr. Momentan sind wir aber Tech und KI getrieben. Kurzer Blick hier auf den Nasdaq. Im Future Daily haben wir ja geschaut, die Rallye, die man hier seit, hier war der 5%-Dip, den wir gesehen haben, beziehungsweise Nasdaq sogar ein bisschen tiefer. Und seitdem haben wir ja den Impuls nach oben ausgebildet. Und ja, da stand ein bisschen Raum, konsolidieren wir das flach. Ich hatte es ja gesagt, so ein Basisszenario, ein bisschen in die Juli, bis Ende Juli hinein, eine flache Konsolidierung, vielleicht eine Flacke. Ja, also den Future, im Kassehandel haben wir sogar einen Allzeithruck gesehen, im Future noch nicht, auch ein ziemlich schwacher Abschluss. Ist das die Einladung, dass wir doch hier jetzt ein bisschen runter konsolidieren? Momentan, im Bild ganz klar zu sehen, das ist jetzt, große Angst muss man erstmal nicht haben. Es bietet sich die Konsolidierung an, aber jetzt haben wir den Monatsauftakt, den Quartalsauftakt, vielleicht kommen wir direkt fester rein. Also wenn wir direkt fester reinkommen, sofort quasi diesen schwachen Tagesabschluss am Freitag aus März, das war ja Quartalsabschluss, aber die Pensionsfonds sind Verkäufer diesmal, Sonderfaktoren, die da reinwirken, kommen wir direkt fester rein, dann sofort im Hinterkopf, ah, erste Juli-Hälfte, Zuflöse, Feiertag, kann gut sein, dass es gut aussieht, erstmal die ersten zwei Wochen. Und dass das hier erstmal trügerisch ist, weil es Quartalsabschluss ist, Sonderfaktorenbürgen. Kommen wir schwächer hinein, sehen wir gar nichts von diesen Mittelzuflüssen. Hände hoch und Vorsicht, auch das wäre ein Warnsignal. Da bin ich mir nicht so sicher, ob man dann wirklich, weil jetzt alle auch darauf schauen, oh, jetzt kommen die besten zwei Wochen des Jahres, ob das dann wirklich so greift oder ob die Saisonalität ja wieder mal die lange Nase macht. Also der Auftakt wird meiner Meinung nach schon sehr spannend. Ob wir hier Schwäche sehen oder mit Schwung direkt Zuflüsse haben. Das wäre jetzt die eine. Wir müssten jetzt direkt eigentlich das auch im Future, das Allzeithoch herausnehmen. Da sieht die Sache gut aus, dass man wirklich nochmal, vielleicht wie Goldman es gesagt hat, Blow-off-Top-Chance, dass man nochmal richtig nach oben pushen. Wir haben ja auch wieder viele wichtige Impulsgeber, die anstellen kommenden Wochen und dann in die Konso fallen können, in diesen kurzen Sommergewitter vor der Wahl, Unsicherheit, mal Liquidität abziehen, gucken, wie es noch weitergeht mit Trump und Biden oder wer auch immer da kommen mag oder auch in Europa. Wir haben ja auch die Frankreich-Wahl, die noch ansteht. Aber wie gesagt, der Auftakt wird hier interessant. Poste ich dann natürlich morgen früh direkt in der Community. Ersten Link in der Videobeschreibung. Kurz auf Vitamine der kommenden Woche. Ja, ihr seht schon, es ist voller. Es ist viel, viel voller gegenüber der letzten Woche. Ich habe den Quartalsauftakt bitte reingeschrieben. Sonderfaktor, Liquidität, die da zählt. Mal gucken, wenn das ausfällt, Warnsignal. Wenn nicht, dann gut und am besten sogar die Vortageskatze angreifen. Kerze angreifen. Vortageskatze? Na, hoffentlich nicht. Also die Vortageskerze angreifen. Gutes Zeichen, dass da was draufgepackt wird und dass die Saisonalität dort greifen kann. Wir haben Einkaufsmanager-Indizes, endgültige Fassungen. Mal gucken, ob es dort eine Überraschung gibt. Aber die Kombination mit den neuen Verbraucherpreisen aus Deutschland. Also Inflation könnte interessant sein. Schwache Einkaufsmanager-Indizes. Bei rückläufiger Inflation, da freut sich der Markt auch direkt. Das heißt nämlich zugleich, die EZB schaut weiter auf die Konjunktur. Inflation ist ja fast am Ziel. Die Erwartungshaltung ist, die Verbraucherpreise fallen und ist auch gar nicht mal so unlogisch. Die Konjunkturdaten zuletzt in Deutschland enttäuschend. Wachstum kommt nicht so recht auf. Also es wäre die Hoffnung, dass im September bereits der nächste Zinsschritt der EZB kommen wird. Ob das dann Bad News oder Good News ist, wird sich zeigen. Da bin ich mir nämlich auch nicht so sicher, dass der nächste Zinsschritt jetzt schon kommt. Ist ja eigentlich auch ein Hinweis, oh, die Konjunkturdaten zuletzt gar nicht gut. Ja, die Inflation läuft ein Ziel. Aber die Konjunktur, eigentlich wollten wir doch jetzt aus der Talsohle raus und wollten in starke Wachstum. Die letzten Daten, die wir hatten, ob nun Einzelhandel, ob IFO-Geschäftsklima-Index, ob die Einkaufsmanager-Indizes, alle wirklich enttäuschend gewesen. Oder GFK, Konsumklima. Also da waren keine guten Nachrichten aus Deutschland. Die Kombination, die wir haben am Montag, könnten dafür sprechen, dass der nächste Zinsschritt der EZB in der Tat gar nicht mal so weit entfernt ist. Aber gucken, ob es dann positiv für den Markt ist. Der ISM wird auch gemeldet, verarbeitende Gewerbe. Ist nicht der ganz so wichtige, wie der ISM für den Dienstleistungssektor der Mittwoch kommt. Aber eben auch wichtig, wo die US-Konjunktur steht, die ja sehr viele widersprüchliche Daten haben. Also Direktspannung am Montag. Dienstag haben wir die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Vermutlich auch weitere Laufrichtung 2%. Und wir haben 15.30 Uhr das Panel mit Lagarde und Paul und vielen wichtigen großen Notenbankern. Es läuft ja. Ich glaube, die wird am Montag schon eröffnet, dass die Notenbanker-Konferenz in Sintra, der EZB, so was ich Jackson hole in den USA, der FED, also so Notenbanker-Tagung. Läuft, glaube ich, drei Tage. Und das Panel hier mit Lagarde und Paul ist natürlich die wichtigste Komponente. 15.30 Uhr. Bringe ich natürlich einen Livestream. Abonniert den Kanal. Seid ihr mit dabei. Schauen wir uns alle Keynotes auf Deutsch an. Könnte nochmal interessant sein. Da werden sie sicherlich bald ihre Unabhängigkeit betonen. Paul sagt, was die EZB senkt. Wir müssen sowieso schauen zur Inflation. Wir sind noch nicht so weit. Da werden alle auf ihre Unabhängigkeit pochen. Aber vielleicht gibt es Nuancen zwischen den Sätzen. Mal sehen. Also das werde ich live bringen. Job Openings gibt es dann auch noch. Mittwoch nur verkürzter Handel in den USA. Da geht es dann schon hinein Richtung Unabhängigkeitstag. Trotzdem haben wir die ATP-Daten. Wir haben die Anträge auf Arbeitslosenhilfe einen Tag früher gemeldet, weil Tag später Feiertag ist. Wir haben das Notenbankprotokoll der FED. Wir haben den ISM für den Dienstleistungssektor, der wichtig ist. Der muss das Fähnchen hochhalten. Wenn wir hier eine Kontraktion sehen, ist das ein Hinweis, jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst, weil das ist wirklich die große BIP-Komponente, die wir haben. Wenn es die Industrie oder verarbeitete Gewerbe schwächert, das ist nicht die ganz große BIP-Komponente. Aber jetzt hier eine Eintrübung, vielleicht Bad News, dann doch Bad News. Aber da schauen wir uns alles dann gemeinsam live an. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Also da gibt es viele Daten, aber frühzeitige Schließung und Richtung Feiertag. Und wie gesagt, der Unabhängigkeitstag in der Mehrheit ist das positive Tage. Da sind die einfach patriotisch. Haben natürlich wichtige Konjunkturdaten, aber mal gucken. In der Regel sind das positive Tage. Donnerstag, Wall Street geschlossen, Unabhängigkeitstag. Haben auch keine wichtigen Daten. Wir haben das EZB-Protokoll. Aber letztendlich haben so viele FED-Speaker, so viele EZB-Speaker, dann läuft das Panel noch von der EZB. Also man ist ja eigentlich informiert. Das Protokoll ist ja nun schon mehrere Wochen alt. Ist eigentlich kalter Kaffee. Wir haben schon neuere Wortmeldungen gehört und gelesen. Poste ich auch immer in der Community. Freitag, ja, Industriedaten haben wir nach Auftragseingang der Industrie, Industrieproduktion. Hoffentlich mal die Erholung endlich. Also da dümpeln wir dahin. Und natürlich der US-Arbeitsmarktbericht, der gemeldet wird. USA wird auch entscheidend sein. Es wird eine Eintrübung erwartet. Die Frage, ist es zu stark oder ist es nicht zu stark? Wir haben auch die Stundenlöhne-Komponente. Schauen wir uns aber alle Stück für Stück an. Auch die Schätzung schauen wir uns Stück für Stück an. Und die Markterwartung schauen wir uns dann natürlich an. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Und wer das nicht verpassen möchte, abonniert den Kanal oder kommt direkt mit in die Community. Ersten Link in der Videobeschreibung. Und das soll es gewesen sein. Ab Samstag bin ich dann im Urlaub. Das ist die nächste Komponente. Aber wie gesagt, in der Trader-Community poste ich dann auch ab und zu natürlich kleine Updates beziehungsweise läuft der Austausch daher auch schon ohne mich relativ gut. Das soll es gewesen sein. Gerne ist eure Meinung gefragt in der Kommentarspalte. Was glaubt ihr? Zweite Jahreshälfte? Dunkelgrün, grünen Sommergewitter? Sommerrallye? Was meint ihr? Wie wird es weitergehen? Es würde mich freuen, eure Meinung zu lesen. Wir haben auch die Frankreich-Wahl. Poste ich dann natürlich auch noch mal ein paar Updates in die Discord-Community. Kommt gerne mit hinein. Würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns in der nächsten Handelswoche mit Spannung, denn es steht noch mal einiges an. Bis dann. Macht's gut und ciao.